So, halt, halt, ich will, ich will den letzten Schlag geben. Hallo, Minecraft-Freunde, weiter geht's in Magic Farm 2. Und ich bin im End, ja, ich bin schon durch das Handphone angegriffen. Metos konnte uns nicht erwarten, ups, ich auch nicht. Und hab völlig vergessen, dass ich die Aufnahme noch starten muss. Na gut, es war ja nur ein kurzer Moment sozusagen. So, also, wir stellen fest, das hier sollten wir nicht machen. Und wir sollten nach dem Ender-Lilis, wir brauchen Ender-Lilis. Hier ist alles voll mit den Dingern. Ah, ich hab den Ender-Männer angeguckt. Und sehr viele Ender-Männer. Das nehmen wir gleich mal mit. Oh, Metos, wir hätten ein Bienennetz mitbringen sollen, hier ist so ein Ender-Hive. Oh, okay, ich nehm die Ender-Lilis mit. Ähm, jagt ihr mal den Drachen, ich nehm die Ender-Lilis. Duffy, du kümmerst dich da drum, dass das Zeug von, dass die Dinger oben kaputt sind und ich tue meinen Raketenwerfer, wenn der denn funktioniert, auf den Drachen einstelle. Okay, ich schau mal, dass ich da alles mögliche... Ach, wenn du alle kaputt hast, ich bin... Okay, das ist kaputt. Und ich sollte vielleicht zwischendurch auch heilen. Wir haben ja hier, äh, sehr, sehr, sehr viele... Eigentlich ist es ja ein bisschen cheat, ne? Wir können so hochfliegen, wie wir wollen und ausweichen, wie wir lustig sind. Äh, das ist nicht cheat, das ist Modpack bedingt. Ja, ich, ich heile erst mal einen Moment, bevor ich den nächsten haue. Der drache, guck mal, der fliegt die ganze Zeit nach oben, weil er mich kriegen will. Und ich fliege einfach auch nach oben und ich weiß, dass ich höher kann als der Drache. Ähm, wie lange dauert denn das, bis man heilt? Äh... Weil die Dinger machen ganz schön Damage, wenn man die kaputt macht. Naja, wüsst du schon schaffen, wie das... Könntest du ja auch Heiltänke machen können. Juhu, Bogenskills! Ah, da kriegt man weniger Damage. Ja, ich lasse mich mal fallen und bring den Drachen mal wieder mit da unten. Äh, nein, ich hab keinen Bogen, ich hab keinen Bogen, aber... Leute, wir haben ein Problem, der Drache ist ungefähr 300 Blöcke über uns. Du kriegst mal weniger Damage. Hä? Einmaler Blöcke? Wie hast du das auch gesehen? Ich bin immer höher geflogen und weil der wollte was von mir, jetzt kommt er langsam wieder runtergeschraubt. Irgendwann kommt er schon wieder. Das ist mein zweiter Endkampf überhaupt. Ich hab noch niemals gegen den gekämpft. Okay. Ich hab noch nie alleine gegen ihn gekämpft. Also viele... Das erste Mal war ein Pista aus Survival und jetzt ist es das zweite Mal. Äh, ich glaube, ich hab so ziemlich alle von denen zerstört hier... Meine ganz blöde Frage, kann man den... Gehen doch, da! Kann man den Drachen eigentlich... Sind die alle kaputt? Ich glaub schon, also... Sollten sie, ja? Ja, ich hab eigentlich alle erwischt. Meinem Unendlichkeit. Okay, ich hab den Drachen eingegeben, wo ist er? Da. Vorsicht, ich verschieße Raketen, ey! Ihr solltet nicht hinter den Raketen sein! Ach, das macht doch auch Spaß. Äh... Komm her, der Drache! Wow, hast du ihn aber gut getroffen jetzt! Die sind selbst... Äh, die sind selbst zielend. Ich muss da nur mal ne Weile drauf zeigen und dann treffen die von alleine. Okay. Okay. Wenn... Wenn es die denn mal abschießt. Äh... Yeah! Zerber! Er hat Angst vor mir, glaub ich. Ah, falsch, 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 falsch. Das ist nur die Koran. Ah, 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 ah! Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich! Juhu, ich mach noch nichts nix! Flick in mein Schwert, bitte! Ich will auch was machen. Irgendwie bin ich gerade zurückgestoßen worden, aber das ist mir egal. Ja, Meta, das liegt daran, weil du in meine Raketen fliegst. Macht nix! Wah, weg von mir! Komm her! Ah, falsche Taste! Jedes Mal krieg ich auch die falsche Taste! Ich will das Schwert haben, das Schwert ist auf der 3, du sollst mir vielleicht aufschreiben. Ich hab den nicht getroffen. Gibt's hier in der Version schon in den Wissen? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, jawohl, jawohl, jawohl! Ja, ich hab den Schwert drauf getroffen. Ich auch, fahr mal! Also ich hab es jetzt jedes einzelne Mal getroffen, ne? Also... Ja, aber... Ja, du... Ja, aus! Eben! Die suchen jetzt hier selber. Ja, na klar! Mach dir drauf! Aber E-Infinity drauf! So, halt, halt! Ich will... Ich will wieder den letzten Schlag geben! Ich hab die letzten Schlag mit einer Rakete gemacht! Ich hab schon Rakete verschossen, ne? Ja! Gut, das war meine Rakete! Das war meine Rakete! Oder mein Zoll! So, wo ist jetzt das Teil? Das müsst ihr jetzt hier gleich spawnen. Ja, da ist es! Da ist es! Und ein Ei! Mach bitte, dass du reingefallen bist! Das ist bei mir nämlich auch passiert mal! Mythos, ein Ei! Im Piskus! Ja, und ich hab einen Enderperle! Ja! Juhu, Level noch aber 60! So, das Ei nicht anruhren! Das machen wir mit dem Piston dann! Aber wir müssen den Piston da wegschieben, dann droppt das! Ach, wirklich? Ja! Ja, ja! Ach was! Ach was! Guck mal, wenn ich da Rechtsklick mach, dann fällt das hier rüber! Und wenn ich's nochmal mach, dann ist es wieder woanders! Warte mal, der Enderman ist ja stark, glaub ich! Hör auf, auf mich böse zu sein! Wo bist du eigentlich? Äh, der da ist es! Der, genau der ist das gewesen! Das ist der wachste Endkampf, den ich je gemacht hab! Ja! Echt jetzt? Und ich muss essen? Du hast allgemein recht wenig Herzen! Ja! Bei mir sind sie jetzt auf einmal auch alle wieder verschwunden! Ich bin mal, ich bin mal grad etwas weiter oben! Äh, äh, äh! Ich hab fünf gelbe Miniherzen! Könntet ihr euch mal mit dem Enderman anlegen, damit er von mir wegkommt? Ich hab fünf gelbe Miniherzen! Mit welchem? Äh, der, der immer Ärger macht! Der, der mich hauen! Bei mir macht keine Ärger! Okay! Enderman sind lieb! Doch, früher! Du, Metas, irgendwie... Ich weiß nicht, aber irgendwie... Naja, der Endkampf gerade! Ich meine, äh, zehn Raketen und dann ihr zweimal draufhauen und das war's! Ach ne, ich hab ein bisschen häufiger getroffen! Kann ich dir versichern! Echt? Da haben wir mit den Mobs im Nether teilweise mehr verliehen! Also ich hab alle 16 Mal getroffen! Äh, den, äh, Ender-Bean-Stock! Da sollten wir vielleicht auch nochmal wiederkommen mit dem Netz! Mhm! Wir sollten allgemein mal wiederkommen! Wir könnten ja am Ende mal was bauen! Ja! Auf jeden Fall tu ich jetzt erstmal Ender-Linny! Ich nehm... Vermehren sich im End die Ender-Linny's oder es gibt's nur die, die halt da sind? Ich glaub, es gibt nur die, die da sind! Hm! Ich weiß es nicht! Ja, das ist ja auch nicht so schlimm! Sollten wir mal im Dings gucken? Was ist das denn für ein Ender-Man? Ach, die haben hier teilweise so richtig schöne Farben! Was? Diener... 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 Äh, 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 was? Was man machen will? Bitte was? Bist du für einer? Warum kommen meine Grafiker immer dann online und wollen was von mir, wenn ich aufnehme? Immer! Ausschließlich dann! Hause! Keine Ahnung, ja, Mann! Neee, ich will die aber halten dafür! Ich mein, die sind ja nicht ganz nutzlos! Oh, die sind ihren Sauerstoffverbrauch fast wert! Okay, und was ist mit trinken und essen? Naja, das Zeug, das braucht ja auch Sauerstoff! Auf jeden Fall nehme ich, ähm, Ender-Plan, äh, Ender-Dings mit! Die hat ja auch ihr ganzes Leben Sauerstoffverbrauch! Wie viel hast du bisher? Ich hab 14! Ich hab 31! 16! 17, 18! Oh, ich habe einen wütenden Super-Enderman! Ich werd, glaub ich, nicht mehr landen! Ach! Kuschel doch ein bisschen mit ihm! Ah, nee, irgendwann hauen sie von alleine ab! Ich geb irgendwann selber auf! Jetzt nerv ich doch mich! Der hat grad meinen Schad geklaut! Echt jetzt? Das ist schlecht! Das ist ganz schlecht! Ja, ist es! Das geb ich offen zu! Du bist es nicht, oder? Dabbi, du hast ihn auch gerade gesehen! Nee, ich glaub, das ist der, der mich schon die ganze Zeit verfolgt! Aber das ist irgendein Normaler! Der schreit mich kurz an und teleportiert sich dann wieder weg! Wisst ihr, was mich mal interessiert hätte? Kann man den Enderdrachen in so einem wiederverwendbaren Safari-Netz fangen? Und wenn, ja, was passiert, wenn wir den in unserer normalen Welt in die Kammer mit dem Kleiner darstecken? Das werden wir wohl nicht mehr rausfinden! In der Drache Futsch! Ich glaube aber nicht, dass es gehen würde! Es passiert manchmal im Multiplayer, dass das Ding respawnt! Okay! Also ich meine, wir könnten in 30 Jahren das Musik passieren! Oder du machst das End nochmal neu! Ja, ich könnte einfach Backup nehmen, so von gestern oder so! Ja, genau! Ja, was heißt Backup? Du brauchst ja quasi nur das End neu generieren lassen! Nein, dann nehme ich ein Backup! Wenn ich schon jeden Tag eins mache und damit meine Platten zu Müll! Seht ihr noch Ender-Millies? Weil ich habe meine Reihen und Reihen... Ich glaube, die wachsen nach! Da sind wieder zwei! Die wachsen nach? Wirklich? Ich höre, dass ihr nicht einfach nur übersehen habt! Könnte auch sein! Gewitter im End? Hier war was Böse! Hier war was Böse gerade! Ganz böse! Brauch den Braten nicht! Ja, aber ich meine, wir hätten jetzt alle weg, oder? Glaube schon! Moment, hier ist noch eine... Vielleicht ist ja hier unten drunter noch was! Vielleicht wächst ja unter dem End! Ey, guck mal! Unter das End! Da wächst Zeug! Was? Echt jetzt? Okay, ich komme mal hin! So, wie ging denn dieser Schwebemodus? Das war doch C, oder? Was für Zeugfix denn da? Dann kann ich jetzt mal gucken, was da jemand von mich wollte! Äh, das ist einfach nur Obsidian! Ja! Das ist Obsidian! Was? Was zur Hölle? Ist das das... Nee! Das sind nicht meine Partikel! Wieso schweben hier Partikel in der Luft? Ich weiß es nicht! Jetzt haben wir sie verloren! Okay, ähm... Nein, hier ist nichts! Die Partikel sind weg! Ja, sie sind weg! Vielleicht hast du ja auch vom Enderman eins gekriegt, weißt du? Dass es vielleicht doch deine Partikel war! Wofür braucht man denn zum Beispiel diese dunklen Wolken? Äh... Causes Lightning Strikes? Äh, Wolkenmachblitze! Wow! Wer ist böse auf mich? Ich dachte schon, das wäre ich jetzt mit meinen Wolken abbauen! Nein, nein! Unser Ei ist teleportiert! Nein! Ja, das teleportiert sich nur in einem Umkreis von ein paar Blöcken! Mhm! Okay, dann ist es ja gut! Ach, da drüben! Ich schätze mal, das hat irgendwie Schaden gekriegt oder so, dass es sich deswegen teleportiert hat! Von diesem bescheuerten Enderman! Leute, ich habe fünf gelbe Herzen und ich habe keinen einzigen Kanister mehr! Okay! Okay, das ist schlecht! Du hast doch keinen Kanister mehr! Weil das Zeug, die spawnt ist, als man, denk mal, also Inventar leer wegen Server-Action, ja! Okay! Ich, äh, ich mache mich durchs Portal zurück! Ich nehme ein paar dunkle Wolken mit, weil da steht dabei, dass die Blitze machen! So, okay, ich mache mich zurück! Ich bin zurück! Wann auf mich! Weil die sind ziemlich sauer auf mich gewesen! Wir sollten für... Wo ist denn das Portal? Hier, wo ich bin! Okay, ich dachte schon, der Enderman wäre jetzt auch hier, weil, äh... Soll ich ihn dir mitbringen? Ich glaube, die sind tatsächlich hinterhergekommen! Schön! Wieso habe ich jetzt auf einmal Slowness drauf? Äh, Wolken, vielleicht das Ende 1 mitbringen? Nein, du bist nicht sehr stark, dich kann ich alle machen! Meinst du den Trick mit der Fackel? Und du, dich kann ich auch alle machen! Theoretisch habe ich mal was gesehen, dass wir hier... Okay! Also, ich weiß nicht, ob der Trick so funktioniert! Ich habe es nur mal so gesehen! So, ich gehe zurück zur Basis! Ja, mal! Huch! Und wir werden auf jeden Fall noch mal ins End gehen! Äh, nur nicht heute! Ja, mal! Und werden dort, äh, nochmal... Ja, mal! Wer hat eigentlich den ganzen Punkt eingesammelt, frag ich mich! Ich habe 39 Level! Wollte ich mir mal drücken! Äh, ich habe... Ich hatte... Ich hatte über 60! Und dann habe ich dieses Komische supervieh gehauen! Und jetzt habe ich 16! Äh, weil... Ich habe irgendwie... So viel Level! Ja, mal! Ja! Das mit dem Ei ging mit einer Fackel, oder? Äh, wenn du die Fackel unter das Ei kriegst! Okay, ich habe das Ei dabei! Okay, ich habe die... Ich habe die Enderperlenfarm jetzt erweitert! Ein wenig! Ich habe noch 33 Enderlilies! Ja, das kann man ja dann noch ein bisschen erweitern! Dann einfach durch das Portal, das generiert wurde, oder? Wir haben einen Walrus! Wir haben einen Walrus! Ja, das habe ich das letzte Mal gecraftet! Juhu, Credits! Wie lieblich ist das denn? Nooo! Oh, ich will halt so knüchen! Ist nicht wahr, oder? Nicht Ofen! Met aus! Met aus! Hier! In Walrus! Du hast das Ei! Ich habe das Ei! Da müssen wir... Mach es erst mal ins... Ins Dings hier rein! Im Ese-Sem! Ja, und da bauen wir ein Podest für! Ja, das heilige Ei! Das kann man ja eigentlich nicht machen! Da bauen wir ein Podest für! Äh... Babab! Unser Zeug müssten wir wiederholen! Ja, und das will ich jetzt auch machen! So! Viel Spaß! Ich habe eins hier gelagert! Teleporten! Äh, genau! Ender-Portal! Das hier war meine bescheidene Kiste! Ich habe meine Enderlilies mal hier verteilt! Äh, es gibt jetzt keinen freien Fleck mehr, oder? Ich habe noch 16 Dinge im Inventar! Wo? Das hier ist eine mit ausbescheidene Kiste! Ach, und Daffi! Ja? Es gibt so einen... Oh, warte mal! Ich muss mal ein bisschen... Ähm... Wend! Ja! So! Ich weiß, dass wir die andere noch hin! Da! Ich frage mich immer noch, was mir zweimal Tintenfischsacke gegeben hat hier! Okay, dann geht ich fest! Okay, ich glaube, ich habe alles! Das ist schön! Aber das lassen wir trotzdem hier stehen! Mhm! Und, äh... Ich mache mich wieder nach Hause! So, und, äh... Was? Metos geht nach Hause! Nein, ich bin doch gar nicht nach Hause! Ich bin doch da rein! Metos geht nach Hause! Metos geht nach Hause! Äh, 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 äh... Ja, warum auch nicht! Metos, bei mir schaust du immer noch sehr verletzt aus! Echt? Ja! Jo, keine Ahnung! Also, ich bin auf jeden Fall... Die roten Herzen habe ich schon voll! Ja, äh... Ich fehlen aber noch ein paar Gein! Warum habt ihr alle so viele Herzen? Und ich habe mit meinen Kanister maximal vier gehabt! Warum macht ihr mir nie Kanister? Ich tue immer alle möglichen Herzen rein, aber mir wird nie ein Kanister gemacht! Ja, mal gucken! Werden wir dir auch noch welche machen? Ja? Werden wir dir auch noch welche machen? Wieso habe ich Kartoffeln? War, was? Ein Wassergeys hier? Wo habt ihr denn den her? So, das kann man auch da reinmachen? Haben wir gecrafted! Kommen wir mit die Ammer! Dann, äh, hätte ich theoretisch alles wieder! Ja, mal andere Seite! Nein, ich baue jetzt mal einen hin und gucken, was der macht! So! Wir haben doch hier draußen welche! Was, was? Was machen wir denn? Wie geht denn der an? Was denn? Ciao! Woher redet ihr? Komm zu mir! Woher redest du denn? Hier! Komm doch! Ja, und die machen? Oh, wie cool! Oh, kann man das Walross? Geys hier! Oh, kann man das Walross in die Mitte setzen? Können wir schon machen! Das Schöne ist, wenn du hier unten hingehst und einfach mal reinläufst! Oh, ich bagge jetzt momentan ein bisschen gut! Ja, geil, ne? Was macht denn hier so viele coole Sachen? Und vor allem ohne mich? Okay! Ihr stellt fest, ja, man hat auf jeden Fall seinen Spaß! Peters, ich hab noch mehr Ender-Lily-Seeds, aber hier ist kein Platz mehr! Da müssen wir eine Ender-Lily-Farm anlegen irgendwo! Ja, auf der Seite! Guck mal, hier! Ja, genau! Ich weiß heute, ich brauche deine Hilfe! So, ich hab immer noch Ender-Lily-Seeds und hier ist kein Platz mehr! Ich geb auf! Hast du noch mehr davon? Nö! Nicht mehr! Dafür hast du noch welche! Ich hab sie alle die Arme hingeworfen! Ach so! Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen! Ja! Ich sage, bis zum nächsten Mal! Und tschüss! Tschüss! Meine Fress haben hier jetzt viele Ender-Lilys! Moment! Da machen wir noch einen Screenshot! Von den Ender-Lilys! Okay, und tschüss! Sag tschüss! Tschüss! Ja, man sagt tschüss! Tschüss!